Fred hat gerade einen magischen Kaugummi gewonnen. Die Werbung verspricht, dass er magische Kräfte verleiht. Niemand weiß jedoch, welche. Oder ob die Verwandlung gut ist oder schlecht. Es könnte sein, dass Fred das Wetter kontrollieren kann. Oder dass er Blitze anzieht. Es könnte sein, dass Fred bald fliegen kann. Aber vielleicht nicht landen. Wie soll Fred eine Entscheidung treffen, ob er den Kaugummi essen soll oder nicht? Eine Antwort liefert die rationale Entscheidungstheorie, die eine Richtlinie für alle Entscheidungen bieten soll. So sollen wir nach der rationalen Entscheidungstheorie an eine Entscheidung herangehen. Wir stellen uns erst alle Handlungsoptionen und ihre möglichen Folgen vor. Dann bewerten wir diese Folgen im Lichte unserer Vorlieben. Anschließend schätzen wir ab, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Handlung zum bestmöglichen Erfolg führt. Wir sollten uns für die Handlungsoption entscheiden, die am wahrscheinlichsten zum positivsten Ergebnis führt. Das wäre rational. Fred beispielsweise liebt rotes Kaugummi. Deswegen sollte er sich für Option A entscheiden. Können wirklich alle Entscheidungen auf diese rationale Weise getroffen werden? Die Philosophin Laurie Paul bestreitet dies. Gerade bei wichtigen, lebensverändernden Entscheidungen sei die rationale Entscheidungstheorie nicht hilfreich. Sollten wir mit dieser Person eine Beziehung anfangen? Sollte ich Medizin oder Philosophie studieren? Sollten wir heiraten? Kinder kriegen? Uns einer Geschlechtsumwandlung unterziehen? Viele von diesen Entscheidungen involvieren transformative Erfahrungen. Auch Freds Entscheidung, ob er den magischen Kaugummi essen soll oder nicht, involviert eine transformative Erfahrung. Erfahrungen können uns in zwei Weisen verändern. Eine Erfahrung ist epistemisch transformativ, wenn man nach ihr mehr weiß als vorher. Fred beispielsweise weiß vor dem Biss nicht, welche Superkraft er bekommt, aber danach schon. Eine Erfahrung kann auch personaltransformativ sein. Nämlich wenn die eigenen Vorlieben und Werte nach der Erfahrung anders sind als zuvor. Fred beispielsweise hat Höhenangst. Wenn er nach dem Biss fliegen könnte, so würde er es wegen seiner Höhenangst dennoch vermeiden. Andererseits, wenn Fred fliegen könnte, dann würde vielleicht auch seine Höhenangst verschwinden. Denn er könnte ja nun nicht mehr abstürzen. Vielleicht würde die Fähigkeit zu fliegen, Freds Vorlieben verändern. Fred kann nun wegen der Transformativität der Erfahrung seine Handlungsoptionen nicht mehr bewerten. Erstens weiß er nicht, ob die Erfahrung seinen Vorlieben entspricht oder nicht. Und zweitens weiß er nicht, wie sich seine Vorlieben durch die Erfahrung ändern würden. Transformative Erfahrungen sprengen anscheinend den Rahmen der rationalen Entscheidungstheorie. Wie soll sich Fred nun entscheiden? Er könnte eine Pro- und Kontraliste machen. Aber das hilft ihm nicht. Denn er weiß nicht, was nach der Veränderung Pro und was als Kontra zählen würde. Oder er könnte versuchen, alle möglichen Folgen gedanklich zu simulieren. Aber Fred kann schwer wissen, dass er alle möglichen Folgen simuliert oder dass er sie richtig simuliert. Er könnte aber auch seine Freunde fragen, die bereits diese Erfahrung gemacht haben. Aber auch das bringt ihm wenig. Denn sie haben andere Vorlieben als er. Und er kann nicht wissen, ob ihre Entscheidung auch für ihn dieselben Folgen hätten. Was Fred laut Lori Paul aber tun kann, ist, die Frage anders zu stellen. Nicht, soll ich es tun oder nicht. Sondern, will ich herausfinden, wie mich die Erfahrung verändert oder nicht.